Musik 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 Schön! Jetzt machst du Gaffman. Ich mach' Gaffman, ja. Das ist kein Dorscht. Das meine ich, das ist ein Seelachs. Oh, dann musst du mal Gaffman machen. Ja, nun. Ist so. Ich sag bloß drin. Boß, bloß. Nee, bloß gleich oben. Gleich oben? Gleich oben? Boah, nicht mehr lange. Was hast du denn da? Wo ist das? Wo ist das ein Seelachs? Wo ist das ein Seelachs? Ich glaube, fast ja. Und? Nee. Klopft der? Nee. Bis jetzt nicht. Klopfen tut der bis jetzt nicht, Jens. Das ist ein Heilwut. Kann auch sein. Jens hat ein Seelachs, aber der klopft ja nicht. Nee. Komm mal. Siehst du? Jetzt kannst du den Schritt zurücknehmen. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Also diese Drift ist sehr gut, ne? Ja. Dann kannst du wieder alles in den Pfiff. Ja. Ausgestimmt. Ja, so können wir uns wenigstens nicht getrunken. Ja. Mit auf meine Seite. Dann schmeißen wir den Pfiff raus. Nee, nee, nee. Ich warte hier. Du musst ihn draußen machen. Also brust er den jetzt ungefähr fünf Minuten im Clinch. Auf dem Eicholot war es zu sehen? Nicht, wo der Fisch ist? Nö. Müsst gleich hier oben ankommen, wie ich die Rolle kenne. Ja, auch jetzt ja. 25 Meter. Tolle Aufnahme. 18 Kilo Steinbeißer. Alle Mann über Bord. Du hast erst mal die Fischkiste leer. Oh. Alle Mann über Bord. Was? Ja. Kennst du? Say. Sag ich doch. Jawoll. Sag ich, das ist ein Say. Alter Schwede. Kurz auf Boden. Fünf Meter über Boden. Und schöne Plätze. So ein bisschen kaputt, oder was? Nö. Ach ja, das ist eigentlich doch geil. Oh, das war die Anfang. Das ist eigentlich doch geil. Ja. So ein bisschen kaputt. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.